Heyo Leute, herzlich Willkommen zu Rocket League mit Dom, Dallu und Yannick. Hallo. Hallo. Zuerst spielen natürlich wieder Yannick und ich gegen die beiden anderen. Natürlich. Also durch Zufall natürlich. Drei, zwei, eins, go. Oh. Basti. Ah, Dallu, Mensch. Yannick, wo ist das richtige Auto? Für die Dino Brothers. Für die Jurassic Park. Kann man Ingame wechseln? Das wär auch mal geil. Lass dir Zeit. Hui. Wahnsinn. Oh, versaut. Achtung. Ja. Sehr. Nicht sehr gut. Ist leider Blut abgeprallt, aber du hast den. Er wär auch nicht richtig. Okay. Und? Ja, okay, okay. Wollte ja nicht im Weg stehen. Nein. Aber Basti macht das Tor. Basti macht das für uns. Dach. Ah. Ja. Oh nein. Los, Dallu. Ja. Nee, Basti. Nein. Was? Jannick, du musst nach hinten. Ja, ja. Hinten. Ja, Moment. Was machst du mit dem Ball hier? Hinter mir war einer. Okay, okay, alles gut. Ja, so für dich. Moment, hinterher. Boost ist so. Warte mal. Da ist Boost. Da ist Dom. Oh. Basti war wieder in der Luft. Was ist mit ihm los? Mit dem Luft. Aber den Ball am Boden trifft er nicht. Hui. Der ist weg. Nice. Hallo, tschüss. Oh. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Gott. Guck erstmal was ihr da tut. Was macht ihr da? Jetzt, du. Nein. Gott. Aua. Weg. Ein Outplate. Aua. Versuch nochmal jetzt. Aua. Nee. Nein. Okay, jetzt. Jetzt. Boah, ich. Ach, nee. Oh, krass. Oh, schön. Wow. So, Basti. Nee, Dom, lass doch mal. Schön. Nein. Der ist weg. Aua. Ach. Janik. Wir müssen Basti ein bisschen unter Druck setzen. Ich glaub auch. Ohne Witz. Noch einer. Hier. Ja. Der war gut. Nein. Da war ich einmal nicht. Schön. Nein. Ja, die hat ja gut Speed gehabt. Damn you. Hilfe. Ich fliege. Direkt kontern jetzt. Ja, ich weiß. Ich hab nicht gewusst, dass du kommst. Aber du machst den auch so, ne? Nein, mein ich. Oh. Das wär mir zu einfach gewesen. Ich kann das verstehen. So wollte ich das Tor jetzt auch nicht entzielen. Kommt auf die andere Seite zu dir. Ja. Schön. Oh, guck mal, Janik. Schade. Komm, Mitte. Ah. Schade. Warte, 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 warte. Ich drehe mal um. Was machen sie? Nix. Der war nicht schlecht. Jetzt kommt... Oh. Schade. Hat mich outplayed. Aber dich natürlich nicht. Nee, mich nicht. Natürlich. Warte, bring ich noch was? Ja, warte. Was? Sie macht nichts. Okay, damit kann man ja nicht rechnen. Wird uns wieder geschubst. Nein. Ah. Schön. Nein. Alter. Geh mal drauf. Guck mir das mal hier an. Oh Gott. Aber nicht so. Tut mir leid, aber es müsste sein. Alles super. War perfekt. Genauso wollte ich das Tor eigentlich. Ich hab gedacht, warte, schieß da jetzt. War schieß da jetzt. War schieß da jetzt. Und dann hab ich gedacht, komm, schieß selber. Dankeschön. Ja, ist glaube ich in Ruhe deiner. Ruhe würde ich jetzt ja nicht sagen. Es ist überall kein Booster eigentlich. Ist doch doof. Boost. Oha. Hui. Oha. Oh Gott. Ah. Come on. Geh drauf. Ah. Hab ich. Tut mir leid. Aber der wird vor der Kabel. Schön Janik. Der kommt gut noch mal runter. Ja, den kriegt der auch vorher. Gön. Ah. Was denn das? Schönes Ding. Gön. Jetzt du. Aua. Hier nach hinten Janik. Genau. Danke schön für den Schubser. Nein. Ja, die waren beide so schnell wieder hinten. Ja, Janik war echt schnell wieder hinten. Ah. Ja, ich weiß gar nicht wie ich das geschafft hab. Das lag am Dinotor wo. Wolltest du ein Tor schießen, Basti? Ja, ich hab's noch nie. Nein. Dafür macht's jetzt Dom. Nee, glaub ich nicht. Nee. Du noch mal. Komm, komm, komm. Nein. Nein. Da, da, Jarek. Der kommt gegen die Bande. Ja. Ah. Ja, sag doch und tut uns die nicht. Das wär jetzt das 2-0 gewesen. Ach, schade. Ja, wir mussten's alles geben. Was doch für euch. Kein Zoll. Komische Dreiecke für euch. Hauptsache mehr Punkte als Dom. Oh. Hauptsache mehr Punkte als Basti. Fünf. Mehr Punkte als Basti. Gar nicht was du meinst. So, okay. Ich geh in, äh, in Blau, ne? Ja, dann machen wir in 3, 2, 1, jetzt. Uua. Basti nochmal. Ja, jetzt komm. Meine, meine, meine Folge nicht mit Basti. Oh mein Gott. Oh, die. So was noch vollkommt. Oh nein. Ich verfehle den Boost. Okay, Basti nimmt sich den anderen. Nein. Ach, schade. Hier warst du direkt in den Lauf. Nein. Nein. Doch, weil. Basti, ich hab keinen Boost. Was für mich alles stibitzt. Nein, alles gut. Ah, fuck it. Wow. Ja, okay, den hast du. Ja, den krieg ich quasi diesmal. Da war er dann genau richtig mal. Oh. Oh. Schade. Da blöd von mir. Lass ihn gar nicht so annehmen. Die Chance gesehen, als der Pass kam. War echt schöner Pass. Ja, den wollte ich immer so weiterleiten dir. Das wär geil geworden. Wenn das geklappt hätte, ja. Ach. Ich bin ganz weit hinten, Basti. Also falsche Seite. Ich bin mit. Ja. Nein. Oh Gott. Nein, 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 nein. Hast du, hast du, hast du. Ja, das schon, aber da kommt noch einer. Nein, 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 nein. Jetzt. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Boah, Alter. Immer noch null Boost. Jetzt hast du Boost. Oh Gott. Okay, dann so. Hast du den? Ja. Nee. Hui. Ah, ich dachte, der geht mit. Sorry. Mein Fehler. Jetzt, Basti. Ja. Oh nein. Es ist zu. Ja, boah, Basti. Yeah. Richtig gut. Ein Feuerwerk für den Torschützen. Passt auf. Ja, und das hat mich so, ey, die Arsch. Wenn das ja noch verrührt, ne? Wo ist denn der Torschütze hin? Weitere Waren noch. Ja, das können wir schaffen. Wir können alles schaffen. Aber nur solange ihr wild seid, ne? Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Richtig. Da, du Fischer. Ja, ja, ja. Ach. Hast du? Boah. Schön. Schade. Mitte. Nur sehr schwach. Habe ich. Deswegen hatte ich den noch zum Glück. Oh Gott. Ja, ja. Nein! Ui, war das knapp. Oh, ho, 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 ho. Ja, 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 super. Ich dachte, der Tisch doch ernsthaft drüber, ey. Das war erst nicht so, wenn er die Decke berührt. Ja, genau, das hat mich auch noch irritiert im Nachhinein dann. Ja, genau, das hat mich auch noch irritiert im Nachhinein dann. Ich glaube auch, der kommt nicht dagegen. Oh. Blöder Aufwart, was das für ein Anstoßchen wäre da. Nein, 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 nein. Basti! Danke, Basti! Da wäre er wahrscheinlich eh nicht reingegangen, aber... Ja, ich bin vor 10 Meter, also ich bin schon 10 Minuten früher losgeflogen. Leider kein Boost. Was denn? Oh, wie ich ihn die abgenommen hab! War schon gemein. Hab ich. Oh! Ja, ich weiß nicht, ob da ein Erd dran war, deswegen... Okay, ich muss gefoult, ich muss zurück. Ja, was soll ich machen? Ist der drin? Nein, jetzt aber! Ja, ja. Da kam das Foulspiel und das war ein bisschen so. Da flogen noch ein paar Punkten, hab doch noch gesehen, die Reste von Darius noch mitgenommen. Mist! 2-2 wieder. Ja, die Spiele sind immer mega ausgeglichen. Ist geil. Oh nein! Ja! Ja! Sehr gut! Ah, gegen den Truck setzt du dich nicht durch, ja, Digga! Guck mal hier! Nee! Ich bin richtig weggeflogen, irgendwie zur Seite von dem Ball. Da war alles noch nicht drin, das war alles gut. Da war das Kampfgewicht einfach größer. Und nicht nur beim Truck. Ja, 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 ja. Die Muskelmasse war es, ja, Digga! Oh nein! Nein! Fasti, rollt der rein? Nein! 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 Ich brauche doch Boost! Nein! Ich brauche doch Boost! Ich brauche doch Boost! Nein! Ja! Ich brauche doch kein Spiel, ey! Boah! Das ist wirklich, ey! Ja! 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 Ja, ich brauche doch zumindest, dass du ihn so bekommst vielleicht. Okay! Okay! Nein! 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 Ja! Nein! Ich hab keinen Boost abgekommen, ich wollte die ganze Zeit mit dem Ball schrumpfen, wie sich irgendeinen Boost kriegt. Ah, schade. Ballschrumpf im Ball. Ja, das ist echt, also das musst du echt üben, also das muss irgendwann mal übergehen ins Muskelgedächtnis, wenn du falschrum auf die Kamera guckst. Oh, schade, hätte ich was drüber gehabt sogar. Los, los, Basti. Der darf nicht am Boden räumen. Ja, wir haben Basti auch machen lassen. Der muss an die Watt. Warum kann ich nicht, warum kommt bei mir kein, warum, das ist ein Bug oder so, ich hab keinen, ich weiß nicht. Du musst auch Boost rücken, ne? Ja, ich weiß, danke schön. Vielleicht, das ist das Automate. Das würde ich einfach mal sagen, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 cripple chute. Achse. Untertitelung des ZDF, 2020